Hallo Leute, hier ist euer Matze Jinn. Ich habe noch mal eine neue Monster Stärke Analyse für euch. Die von gestern, die war etwas fehlerhaft. Da haben sich zwei Fehler eingeschlichen, weil ich einen Blutpost übersehen habe. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. So, hier haben wir den Beitrag zur Monster Stärke, wer wagt gewinnt. Hier steht alles eigentlich dazu drin, was man wissen muss. Hier oben steht einmal, wie man es anschaltet. Dass man überhaupt die Monster Stärke Auswahl wählen kann. Das Ganze kann man dann nachher unter Optionen machen, bei Gameplay. Und dann steht dort, hier unten rechts, Auswahl der Monster Stärke aktivieren. Da müsst ihr dann erstmal einen Hake reinsetzen. Okay, aber das werdet ihr, denke mal, hinkriegen. So, als erstes haben wir jetzt hier relativ schön aufgeschlüsselt in den Tabellen, was sich ändert, wenn wir die Monster Stärke aktivieren und Stufenwil machen. Das ist jetzt hier erstmal für normalen Albtraum und Hölle. Ganz interessant, man kann hier die Monster Stärke bis auf 10 setzen und bekommt dann 200% mehr Erfahrung. Das ist natürlich ein guter Vorteil für Leute, die sich von einem Kumpel zum Beispiel durchziehen lassen, der eh schon 60 ist und extrem viel Schaden macht. So kann man sehr, sehr schnell seine Twings, seine zweiten Charakter auf Level 60 bringen. Super Sache. Zusätzlich hat man natürlich noch mehr Magie von Golfer und die Gegner haben natürlich mehr Leben, machen natürlich mehr Schaden. Aber ich denke mal, für Spieler, die da schon sehr, sehr stark sind, ist das relativ egal auf normalen Albtraum und Hölle. Viel interessanter wird es jetzt hier. Ich möchte jetzt mal die Tabelle zeigen. Hier haben wir jetzt nämlich die Zusammenfassung. So sieht es aktuell noch aus in 1.04. Die Dropraten für Akt 1. Eine Droprate für 63er liegt bei 4,8. Für Akt 2 bei 9,3. Und für Akt 3 und 4 bei 16,3. Das hat sich jetzt sofern geändert, dass im neuen Patch, der jetzt ansteht, die Dropraten, wenn man mindestens Monsterstufe 1 einstellt, die Dropraten in jedem Akt identisch sind. Ist eine coole Sache, weil ihr könnt im Endeffekt jetzt wirklich selbst entscheiden, welchen Akt ihr spielen wollt. Denn in jedem Akt droppen dieselben Gegenstände. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man dann noch Akt 2, Akt 3, Akt 4 spielen? Weil dort sind die Monster eher etwas stärker. Vielleicht gibt es einfach bessere Farmrouten dort. Besonders Akt 3 ist ja auch allgemein sehr beliebt, um Twings hochzuleveln, weil dort die meisten Monster sind. Und wo natürlich viele Monster sind, droppen natürlich auch mehr Gegenstände. Aber ich bin gespannt, was die Leute so für Farmrouten entwickeln werden, wenn der Patch da ist. Mal gucken, was die besten Farmrouten sind für 1,05, um Gegenstände zu griden. Ja, hier haben wir nochmal die zweite Tabelle. Hier ist jetzt nochmal explizit auch aufgeschlüsselt, wie viel Leben mehr die Monster haben. Das geht hier wirklich bis Monster Stufe 10. Dort haben die Gegner dann 3.439% Leben. Ist natürlich ganz schön heftig. Monster Stufe 1 noch mit 150. Sehr, sehr wenig. Ja. Zusätzlicher Effekt hier, Magie von 250% wird erhöht. Bis bei Monster Stufe 10 ist es natürlich super, wenn man 3.250 plus 300 von seinem Rüstungsgegenständen oder von dem Parago Level, die man maximal erhalten kann, nehmen kann. Haben wir schon mal unsere 550. Nochmal zusätzlich 75 durch Nevalim Buffs sind wir ja dann schon auf 625. Also 625 ist maximal Magiefund, was man haben kann, wenn man Stufe 10 spielt. Das gleiche gilt natürlich auch für Goldfound. Ja. Was noch neu ist, ist Bonus Gegenstand. Ja. Je nachdem, welche Monster Stufe ihr einstellt, habt ihr eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, das normale Monster, also ist damit nicht die Rare Packs gemeint, zusätzlich ein Gegenstand droppen. Das bedeutet, das wird so aufgebaut, wenn ein Gegner stirbt, dann wird gerollt, ob der Gegner ein Gegenstand droppt. Ja. Und erst, wenn der Gegner ein Gegenstand droppt, also wenn, sagen wir mal, weißen, blauen oder gelben Gegenstand fallen gelassen wird vom Gegner, dann kommt noch mal der zweite Roll, dass der Gegner noch einen zusätzlichen Gegenstand zum Beispiel droppt. Ja. Hier stehen, hier finden sich die Chancen so ab Monster Stufe 8, sehr interessant. Da haben wir jetzt 71%, 9, 85% und auf Stufe 10 immer 100%. Das heißt also, immer wenn ein Gegner ein Gegenstand droppt, dann droppt er immer einen zusätzlichen Gegenstand. Ja. Da wird es dann aber wirklich nur die normalen Monster gemeint, nicht die Rare Packs. Nicht die Bosse. Laut Blizzard. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Monster Stufe ist sinnvoll. Was macht am meisten hier Profit? Weil wir sehen ja doch hier zwischen Monster Stufe 8 und Monster Stufe 10 liegen 29%, also hier haben wir die 71% Bonus Gegenstand. 200% Magiefund. Hier haben wir 100%, also immer ein zusätzlicher Gegenstand bei weißen Monstern, wenn die einen Gegenstand droppen. Und 250 Magiefund. Aber der Unterschied ist doch sehr extrem, mit 1755 Leben und hier haben wir gleich doppelt so viel, 3439 Leben. Also ich würde empfehlen, Monster Stufe 8 aufwärts zu spielen. Und ja, Monster Stufe 9 auch gut, schon 85%. Je nachdem, wie viel Damage man macht, ob man es schafft. Ja, ich werde, denke ich, erstmal mit Monster Stufe 8 anfangen. Ich kann auch nur empfehlen, sucht euch eine gute, gute, gute Gruppe. Weil das Gruppenspielen, das wird doch, denke ich, sehr, sehr gefördert jetzt mit den Monsterstufen. In der Gruppe macht ihr einfach mehr Schaden. Ihr könnt die Monster schneller töten. Ihr könnt von den Buffs der anderen profitieren. Besonders jetzt, wo ja zum Beispiel die Enchantress genervt wurde. Sie gibt euch nur noch 5% Rüstung, nicht 50% Rüstung. Macht euch eine gute Gruppe, wo die vom Equipment relativ gleich sind. Und versucht halt, hohe Monsterstufen zu farmen. Also ich freue mich. Ich denke, es wird sich lohnen. Ich bin sehr gespannt. Besonders, weil ja auch noch die Legendaries jetzt eine doppelte Droppart haben. Und wenn man dann noch mit 250 oder 200 zusätzlich MF da rumrennt. Da muss ja fast, keine Ahnung, alle 10 Minuten ein Legendary droppen. Also ich bin wirklich viel, sehr, sehr gespannt. Ja, gibt es noch was zu sagen dazu? Ich denke nicht. Vergesst nicht die Kommentare zu schreiben. Schreibt mir doch einfach mal, was ihr davon haltet. Schreibt mir einfach, welchen Akt ihr dann farmen werdet. Und welche Monsterstufe ihr anstreben werdet. Besonders die Leute, die das schon auf dem PTR getestet haben. Und ja, damit möchte ich mich auch schon verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Beziehungsweise schaut doch mal auf meinem Livestream vorbei. Also, bis später und Daumen hoch.